Scheiße. Halo Staffel, wir haben Einsatzbefehl. Kurs 090. Und Sonder, bis der Chef kotzt! Wie weit sind die Mix noch entfernt? Vergessen Sie es! Eine Hälfte auf uns zu haben Gegenmaßnahmen eingeleitet. Alex. Das war knapp. Wir brauchen dringend Hilfe. US-Abfangjäger, hier, Air Force One. Wir stehen unter Beschuss, verdammt wo seid ihr? Air Force One, Ihr Halo Flight, wir nähern uns Ihrer Position. ETA zwei Minuten. Dann existieren wir vielleicht nicht mehr. Wir sind getroffen. Oh Gott. Triebwerk brennt. Ein Triebwerk brennt. Triebwerk 4 hat Feuer gefangen. Ziehen Sie den Feuerlöschchen über ihn. Okay, ich habe ihn, ich habe ihn. Scheiße, wir schliehen nach rechts. Seitenroter Backbord, Sie müssen gegenhalten. Schub von Triebwerk 1, grosseln? Nein, dann wird sie langsamer. Es geht nur über die Trimmung. Wie funktioniert das? Der Knopf hinter dem Bediengerät. Ach, meine Güte, auch das noch. Hier leuchtet was Rotes. Wir scheinen Treibstoff zu verlieren. Halo Flight. Jeder schnappt sich einen. In Bereitschaft bleiben. Maximale Entfernung. Und... Bugs free! F-15, noch Pizzele. Es muss so gehen, dass wir schon noch nicht. Treffer! Treffer! Jetzt sind wir noch vier von den Jungs im Anflug auf 0-9-0. Halo Flight, Angriff! Die Rattenfänger sind da. Air Force One, drehen Sie nach Westen. Wir geben Ihnen Deckung. Alles klar! Was ist das? Was ist das? Losse! Ihn hängt einer der Schwanzlosse! Dann mal ran! Verscheuchen Sie ihn! Flugkörper gefeuert! Air Force One links hochziehen! Scheiße! Sir, Gegenmaßnahmen sind ausgefallen. Hier Halo 2. Abwehrsystem ist deaktiviert. Ich übernehme. Zwei ist getroffen! Halo 2 ist getroffen! Air Force One, hören Sie uns! Ja! Wir sind noch da! Nur nicht zweilig, du Mistkerl! Die letzten drei Mix drehen ab, Sir! Grand Slam! Ja!